Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ja, wir sind im neuen Jahr 2020 und das neue Jahr bringt uns auch eine neue Serie. Naja, das Ende des letzten Jahres, 2019, hat uns eine neue Serie gebracht, nämlich The Witcher auf Netflix. Und das ist eine Serie, die kennen, die viele vielleicht haben, haben sie von euch schon gesehen. Wir werden heute ein bisschen drüber sprechen. Achtung, wir reden heute mit Spoilern darüber. Und weil der Michael gesagt hat, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Und ich gesagt habe, da habe ich auch überhaupt keine Ahnung von. Aber ich gucke das und ich habe halt mal Witcher 3 gespielt, haben wir einen Aufruf gestartet. Und der Niklas hat sich gemeldet und hat gesagt, ey, ich kenne mich voll aus im Witcher-Universum und ich habe dazu auf jeden Fall was zu sagen und kann euch da ein bisschen Hilfestellung geben. Und deswegen heute in der neuen Folge im neuen Jahr nicht der Michael, sondern heute mal ausnahmsweise der Niklas. Hallo. Hallo. Ich freue mich hier zu sein. Schön, dass du da bist. Du weißt ja, du kennst das Spiel. Wir fragen unsere Gäste immer am Anfang nach ihrem Nerd-Faktor auf einer Skala von 1 bis 10. Wo ist denn deiner? Ui, das ist eine komplizierte Frage eigentlich, weil es immer so ein bisschen hin und her ist. Ich würde mal sagen so 7, 8, 8. Sagen wir mal 7. Ne, 7. 7 ist okay. Ist solide 7. Bist du irgendwo so ganz besonders drin? Also so fast schon Geek? Ne, also eigentlich jetzt außer The Witcher halt durch die Buchreihe. Eigentlich nicht so. Ich mag halt die Marvel-Comics. Bin großer Fan von Deadpool. Star Wars mag ich auch. Aber auch nicht so extrem. Ich kenne die Filme alle. Ich kenne auch eigentlich so ein bisschen die tiefere Ebene, aber auch nicht so Hardcore. So in allen Bereichen eigentlich, was man sagen könnte, außer Star Trek vielleicht. Okay, alles klar. Bevor wir dann in die Besprechung der ersten Staffel einsteigen und du uns ein bisschen was erzählst über die Bücher, die Unterschiede von Buch zu Serie und auch was das Spiel, die Reihe von CD Projekt damit zu tun hat. Und für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, ihr könnt Nerdizismus finden auf ganz einfach nerdizismus.de. Wir sind auf allen Social-Media-Kanälen vertreten. Facebook, Twitter, Instagram, da könnt ihr mit uns in Interaktion treten. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an info at nerdizismus.de. Und seit neuestem haben wir auch WhatsApp bzw. Telegram. Da erreicht ihr uns unter 015259647709. Ich wiederhole es nochmal 015259647709. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dran, denn wir haben noch ein Gewinnspiel für euch, das wir am Ende nochmal ein bisschen erklären. So, genug der Vorrede und ich weiß, diejenigen unter euch, die uns länger hören, wissen, dir Michael macht das definitiv viel besser als ich. Dabei wird auch uns in den nächsten Wochen dann natürlich wieder zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, heute für den Witcher haben wir gesagt, bevor zwei Ahnungslose drüber quatschen, holen wir doch zumindest mal jemanden dazu, der davon Ahnung hat. So Niklas, du hast dich gemeldet, du hast gesagt, du hast Ahnung. Wie bist du denn zum Witcher gekommen? Eigentlich auch nur durch die Games. Ich habe damals auch mit The Witcher 3 erst angefangen, weil das Spiel war halt überall in allen Medien. Und dann habe ich halt auch erst erfahren, ey, es gibt eine Buchreihe. Und dann habe ich halt angefangen, die zu lesen. Und ich finde die Buchreihe besser als die Spiele. Das ist jetzt ein sehr krasses Statement, aber ja, die sind halt sehr vielseitig. Und ich wusste halt auch nicht wirklich viel von dem, außer was den Spielen so passiert ist in der Story. Und als dann halt Netflix gesagt hat, ey, die bringen eine Serie dazu, war ich natürlich übelst begeistert darüber, weil das ein bisschen gefehlt hat, in meinen Augen. Die Bücher sind mal kein Amerikaner, kein Engländer, kein Australier oder sonst wer, sondern die kommen aus Polen, sind geschrieben von Andrzej Sapowski. Und wie viele Bücher gibt es da inzwischen? Also es gibt neben der eigentlichen Gerait-Saga, das sind fünf Bücher, gibt es die zwei Prequel-Bücher. Und dann gibt es nochmal den einzelnen Roman Zeit des Sturms. Und dann noch ein Buch, etwas endet, etwas beginnt. Also sprich neun Bücher, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wo steige ich denn ein, wenn ich ganz vorne anfangen will? Am besten mit den Prequels. Also das sind halt Der Letzte Wunsch und Das Schwert der Vorsehung. Das sind die zwei Prequel-Bücher. Und du hast im Vorgespräch auch gesagt, Der Letzte Wunsch und beziehungsweise die Serie basiert auf diesen Prequel-Büchern. Genau, also die Serie ist ja, also Netflix hat ja ihre eigene Serienadaption der Bücher gemacht sozusagen. Und die erste Staffel handelt sich halt wirklich nur um Das Der Letzte Wunsch und Das Schwert der Vorsehung. Das sind halt die zwei Prequel-Bücher. Bevor es dann in die eigentliche Buchreihe, also die eigentliche Hexer-Geralt-Saga einsteigt sozusagen. Könnte man halt auch sagen, dass die erste Staffel wie so ein Prolog ist. Komplett. Auch wenn das ein bisschen verwirrend ist. Alles. Ich, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, über diese krassen Zeitsprünge und parallel montierten Timelines, die jemand, der da überhaupt nicht drin ist, doch extremst irritiert haben. Da kommen wir aber später nochmal zu. Seit wann gibt es diese Bücher und sind die Prequels wirklich Prequel-Bücher gewesen? Oder sind die wie bei Star Wars auch erst nachträglich dazugeschoben worden? Nee, diese Kursgeschichten-Bänder, die gab es davor und die kamen so um die 90er rum. Und dann hat er halt wild angefangen mit seiner, mit der eigentlichen Reihe, der eigentlichen Geschichte sozusagen. Weil das ist halt wirklich, das sind halt wirklich Kurzgeschichten in diesen Prequel-Büchern. So wie es halt auch in den ersten Folgen der Serie ein bisschen aufgebaut ist. Dass es halt einzelne Kapitel sind mit kleinen, sich abschließenden Geschichten, in denen Geralt halt mit dabei ist. Und in jeder Geschichte, in jedem Kapitel in diesen Büchern ist halt Geralt der Hauptpunkt. Und die Spiele, vor allem dann Teil 3, die spielen aber dann eigentlich nach der Geralt-Saga. Richtig, genau. Also die Spiele haben keinen Bezug eigentlich auf die Serie. In dem Sinne, weil sie erst danach von der Zeitlinie her spielen. Der erste Teil, also das sind, ich glaube, die relativ unmittelbar nach dem letzten Buch kommt der erste Teil von der Zeitlinie. Und dann geht es halt fortlaufend. So in Teil 3 wird der ganz groß mit Nilfgaard. Das ist so ein bisschen, der dritte Teil ist noch ein bisschen ähnlicher. Also der ist so ein bisschen ähnlicher und näher an den Büchern dran als Teil 1 und Teil 2. Weil die in Teil 3 halt von der Story her ein bisschen das aufgreifen, was in den Büchern auch Thema ist. Nämlich Krieg mit Nilfgaard, dann Ciri, Yennefer, Geralt und viele alte Charaktere, die man aus den Büchern halt auch kennt. Tauchen auch dort sehr viel auf. Gerade in DLCs auch. Fangen wir mal an mit dann also der Vorgeschichte von allen Charakteren. Und was mir als jetzt nur Witcher 3 Spieler aufgefallen ist, dass von den Charaktern, die ich kenne, Triss im Spiel 3 viel, also A sieht sie anders aus, aber das ist ja jetzt mal was ganz anderes. Aber auch einen viel höheren Stellenwert in dem Spiel hat als in dieser Serie, wo sie ja einfach nur mal in einer oder zwei Folgen vorkommt und fertig. Ist das in den Büchern auch so? Ja, in den Büchern ist Triss Merigold halt wirklich einfach nur ein Nebencharakter in dem Sinne. Sie taucht ab und zu mal auf, hat ihre Momente. In den Vorgeschichten wird sie nur erwähnt, aber taucht dort gar nicht auf eigentlich. Sie taucht das erste Mal wirklich im ersten Band auf. Das ist das Erbe der Elfen. Dort taucht sie das erste Mal auf und dann ist sie da über ein längeres Kapitel, reist sie halt dort mit Geralt. Und ja, sie ist halt einfach nur ein Nebencharakter. In den Büchern, in den Spielen ist sie halt wirklich mehr Hauptdarsteller auch. Absolut, ja. Egal ob Teil 1, Teil 2 und Teil 3, wo man ja auch in Teil 3 da gewisse Entscheidungen hat, warum das so ist, keine Ahnung. Hat nur den Fahnen beigeschmackt, dass halt viele, die halt wirklich auch nur die Spiele kennen und die Bücher nicht kennen, darüber wahrscheinlich enttäuscht sind. Und das war ja auch halt ein großer Aufruf darüber, wie sie aussieht halt, ne? Mhm, ja. Dass sie keine roten Haare hat und ... Ja, und dass Dekolleté auch nicht vorhanden ist und so weiter. Aber ich sag mal so, Jennifer läuft jetzt auch nicht die ganze Zeit in Unterwäsche rum, wie im Spiel, ja? Also das liegt aber auch darin, also da hat sie die Project, hat da halt ihr eigenes Bild von Triss Merigold wirklich entwickelt. Denn man sieht es ja auch in der letzten Folge der ersten Staffel, dass sie da verwundet wird. Dass ihr da eine Fackel an die Brust gehalten wird, dass sie sich da absolut verbrennt. Und das ist halt auch in den Büchern so geschehen und deswegen trägt sie ab dem Zeitpunkt eigentlich auch kein offenes Dekolleté mehr, weil sie Brandwunden hat. Okay, dann hol uns doch noch ein bisschen rein in diese Welt an sich. Also wir haben ja drei parallele Geschichten, die in der ersten Staffel erzählt werden, die eigentlich ja erst in der letzten Folge dann sozusagen aufeinandertreffen. Wir haben zum einen die Origin-Story von Jennifer von Wennerberg und sorry, wenn ich die deutschen Namen jetzt nehme, ich gucke das auf Deutsch. Und wir haben dann die Entstehungsgeschichte oder die Origin-Story von Ciri. Da wusste ich gar nicht, dass das eine Prinzessin ist, das ist irgendwie in den Spielen nur entgangen. Und wir haben natürlich dann eben die Geschichte von Geralt und ja, ich weiß gar nicht, ob es dann auch die Geschichte ist, wie er Rittersporn trifft, weil die kennen sich dann schon und kennen sich nicht. Aber bleiben wir mal vielleicht erst mal bei Jennifer. Die wird ja als missgebildetes Mädchen von der Magier, was ist das eigentlich, Magier-Gilde-Bruderschaft rekrutiert und kommt dann in ein, ja erst mal nach Hogwarts oder das Pendant von Hogwarts. Allerdings ein bisschen strengere Erziehungsmethoden. Richtig, also dort ist halt wirklich, das ist ja in Arethusa und dort werden eigentlich auch Zauberinnen und Magier, also Zauberinnen sind halt weibliche Magier und die männlichen werden halt einfach Magier genannt. Die werden eigentlich ausgebildet in Ban-Ard, das ist halt ein ganz anderer Ort sozusagen und die Zauberinnen in Arethusa. Und man sieht ja schon in der Folge, in der Jennifer das erste Mal auftaucht, das ist Folge 2, dass sie sich nach Arethusa, also zum Schwalbenturm teleportiert hat. Ne, Entschuldigung, zum Möwenturm glaube ich war das, ja. Und dort trifft sie ja den Magier Istred und der wiederum, eigentlich ist der ja auch in Ban-Ard eigentlich ausgebildet worden und studiert dort auch. Das ist halt sein Charakter des Wesentlichen auch eigentlich richtig dargestellt, dass der halt mehr der Forschung hingibt, ja, wissbegierig ist und mehr über die Geschichte der Menschen erfahren will oder halt allgemein. Das ist ja auch ein großes Thema ist in dieser Witcher-Welt, die Sphärenkonjunktion, über die nicht wirklich was erzählt wird. Aber kurz zurück zu Yennefer. Genau, es ist halt wirklich nicht so wie in Hogwarts oder Harry Potter halt, dass dort alle wunderschön sind, sind meistens halt wirklich Frauen, die irgendwie, wo die Männer wissen oder die Familien wissen, aus denen kann nichts werden, die können nicht irgendwo reich eingeheiratet werden, mit denen können wir nichts anfangen. Deswegen werden sie meistens verkauft an diese Zauberer-Gilde. Also die Bruderschaft sozusagen und dort wird aus den Zauberern gemacht. Entweder überleben sie es oder überleben sie es nicht. Also ist das wie bei den Jedi mit der Macht so ungefähr, also oder gibt es auch welche, die, oder wie bei Harry Potter, es gibt halt Muggel und Zauberer. Also nicht jeder kann zaubern oder kann man es lernen? Nein, nicht jeder kann das. Also du musst dafür veranlagt sein. Das merken die aber auch halt relativ schnell, sonst würden sie diese jungen Menschen nicht aufsuchen. Das ist, die sagen in den Büchern halt, dass die Magie in der Natur steckt sozusagen, in der Erde, im Wasser, im Wind, im Feuer, in den Elementen sozusagen. Und dass sie halt sich nur die Kraft aus diesen Elementen ziehen und die ihr eigen nutzen sozusagen und daraus zaubern. Genau, da wollte ich nämlich gerade drauf ansprechen, das war ja in der Serie, als sie die Blumen da in der Hand hatten und dann den Stein schweben lassen sollten. Richtig, genau. Die können es aber dann später auch, ohne die ganze Zeit bei einem Blumenhändler vorher vorbeizugehen. Ja, das kommt halt drauf an, was sie anwenden. Das wird auch in den Büchern halt nicht so extrem geäußert oder darüber geredet, weil der Mensch will halt immer alles erklärt und verstanden haben, aber nicht alles lässt sich sämtlich erklären und verstehen. Trotzdem kannst du vielleicht ein paar Dinge dann erklären. Also das war schon mal das eine, wo sicherlich der ein oder andere darüber gestolpert ist und dann hast du gerade eben so im Nebensatz erwähnt, es geht nicht so nett zu wie bei Hogwarts, sondern man kann auch die Ausbildung nicht überleben, beziehungsweise wenn man es irgendwie nicht packt, fliegt man in einen Tümpel. Ja, also das wurde in den Büchern jetzt nicht so großartig erwähnt, wie das in der Serie gemacht wurde. Ich schätze mal einfach, das sind halt einfach, die haben halt versagt und werden halt so als Kraft, als Generator benutzt. Ja, so hatte ich es mir auch immer wieder. Die, die es aber packen, die werden dann sozusagen an die Höfe des Kontinents entsandt. Richtig, genau. Die Bruderschaft sagt sich so, wir wollen die Magie erhalten und gleichzeitig wollen wir natürlich aber auch uns Einfluss nehmen auf die Politik und auf die Welt. Und deswegen wurde es dann irgendwann so, dass Magier sozusagen Beiräte der Könige wurden und an den großen Höfen was zu sagen hatten, was in den Spielen dann natürlich dann später auch sich geändert hat und im Laufe der Zeit. Welche Ereignisse? Vor mehr als 1500 Jahren kamen die Elfen per Schiffe an den Kontinent und dann ungefähr 1500 Jahre vor den Ereignissen der Bücher kamen dann die Menschen auch. Aber da wird sich immer gestritten, ob sie auch per Boote kamen an den Kontinent, auf den Kontinent oder per Sphärenkonduktion, so wie auch dann die ganzen Ungeheuer kamen. Okay. Und die Menschen haben dann nur Magie durch die Elfen beigebracht bekommen, sozusagen. Die Elfen haben den Menschen gelehrt, die Magie zu nutzen. Als die Menschen ankamen, haben sich halt die großen vier Königreiche gebildet. Das sind Temerien, Redanien, Catwin und Aedion, sozusagen. Und Nilfgaard hat sich dann auch gebildet, das Imperium Nilfgaard. Das war aber halt weit, weit im Süden, weil das Imperium von Nilfgaard wird halt nicht viel gesprochen, im Endeffekt. Also wie sich gebildet hat oder so, das ist halt einfach da. Man wird halt einfach reingeworfen in diese Welt. Okay, verstehe. Also gehen wir nochmal zurück zu Jennifer. Die hat ja dann ihre Ausbildung abgeschlossen und dann, weil du hast es ja auch eingangs erwähnt, das sind also eigentlich alles eher Mädchen gewesen, von denen niemand wusste, was man mit denen anfangen sollte und manche waren ja auch entstellt. Dann werden die sozusagen einem Makeover unterzogen und dürfen sich dann schön hexen lassen. Richtig, genau. Und sie werden auch unsterblich, kann das auch sein? Oder nur sehr alt? Nein, der Alterungsprozess verlangsamt sich sozusagen durch die Magie. Also, aber ich möchte jetzt auch nichts Fälliges sagen. Also in den Büchern wird nie wirklich gesagt, dass jemand durch Altersschwäche gestorben ist. Aber es wird halt auch nicht gesagt, dass sie unsterblich sind. Okay. Aber Jennifer sagt ja irgendwann... Extrem alt auf jeden Fall. Genau, weil Jennifer sagt ja irgendwann, ich habe schon drei Leben gelebt oder sowas in der Serie jetzt. Richtig. Genau, genau. Ja, es ist ein bisschen... Übertrieben gesagt gewesen in der Serie, weil in den Büchern später erfährt man in einem Beisatz, in den späteren Bändern, sagt sie beiläufig ihr Alter. Ähm, aber naja. Ich möchte nicht so viel Spoilern. Ja, du sollst nur neugierig machen, nicht Spoilern, ganz genau. Ähm, aber de facto ist Jennifer auf jeden Fall älter als Geralt. Und Geralt kann natürlich durch seine Mutation auch älter werden als ein normaler Mensch. Okay. Das heißt also, diese Hexen werden dann auf die Menschheit im wahrsten Sinne des Wortes losgelassen. Okay. Und dann sollte ja Jennifer nach Nilfgaard gehen, hat sich dann aber ja geweigert, da hinzugehen und ist stattdessen einfach woanders hingegangen. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Man kann sich also auch weigern. Naja, eigentlich nicht. Die Budderschaft bestimmt, wo die ganzen Novizen sozusagen nach ihrer Ausbildung hingehen. An welchen Hof? Um die Kontrolle natürlich zu behalten über ihre Lehrlinge auch. Um so natürlich Einfluss zu nehmen. Jennifer wollte dem das aber nicht so. Sie wollte nicht nach Nilfgaard. Sie wollte natürlich ein bisschen mehr Freiheit, dies, das. Und hat dann halt sich so schon dagegen verschworen und ist dann nach, in ihre alte Heimat Edien gegangen und hat sich da den König dann ja auf den Ball geschnappt sozusagen. Das hat man ja gesehen. Ja, richtig. Deswegen hat sie auch den Namen Jennifer von Wengerberg, weil sie, sie kommt aus Wengerberg und Wengerberg ist halt, äh, ist halt eine Stadt aus Edien. Kurz, ist das in den Romanen auch so wie bei Game of Thrones, dass also alles eingedeutscht wurde? Also Rittersporn fällt mir da so ganz spontan ein oder liest du es im polnischen Original, weil du es kannst und da heißen die ganz anders oder wie ist das? Nee. Ja gut, das ist halt immer so eine Übersetzungsfrage, ne. Also klar, Rittersporn ist das beste Beispiel. Der heißt natürlich Jasky im Original, im polnischen. Und dann zu Deutsch dann Rittersporn. Äh, was die Städte angeht, das, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, die wurden halt eigentlich relativ originalgetreu übernommen. Okay. Äh, vom Namen her. Nur was die Eigennamen der Charaktere angeht, wurde halt, wenn, dann, äh, Gerald heißt auch Gerald, also. Bleiben wir aber noch, bevor wir zu Gerakon kommen, gehen wir jetzt erstmal noch auf, äh, Cirilla von Zintra. Äh, das ist ja die zweite, äh, wichtige Hauptcharakter. Ich hab, auch beim Gucken der Serie hab ich festgestellt, dass ich in meinem Kopf irgendwie Dragon Age, also die Dragon Age Spiele von Bioware und The Witcher irgendwie völlig vermengt haben, so. Als dann bei The Witcher Drachen aufkam, war ich so, hä? Gab's denn Drachen in The Witcher? Das war doch in Dragon Age und Elfen? Hä, waren da Elfen? Ich kann mich überhaupt nicht mehr, die waren doch alle in Dragon Age. Also, der Look der Serie, muss ich sagen, auch wenn ich da jetzt gerade ein bisschen reingrätsche, ist extrem, also der hat mich so, viel mehr an Dragon Age erinnert, als an The Witcher irgendwie. Oder, oder, oder The Witcher hat, oder Dragon Age hat von The Witcher geklaut oder wie auch immer. Also, in meinem Kopf sind wirklich diese zwei Spiele und auch der Look und Feel so völlig durcheinander geworfen. Weißt du, jetzt nur auf die Spiele bezogen? Ja, nur auf die Spiele bezogen, nur auf die Spiele bezogen, ja. Ja, also, was die Spiele angeht, hat ja The Witcher sich sowieso immer so extrem, was das Bilde der Fantasy-Welt angeht, reichlich bedient, ne? Also, grad in der Spielreihe sieht man das halt, dass sehr vieles nach Fantasy aussieht. Mhm. Es sieht nach Fantasy aus. Ja. Auch, auch Klamotten, dies, das. Und das haben die halt auch in der Serie halt ein bisschen untergebracht, finde ich. Also, es wirkt nicht so, wenn man das mit Game of Thrones vergleicht, obwohl ich diesen Vergleich nicht gerne mache, weil man es eigentlich nicht vergleichen kann im Endeffekt. Ich finde, es kann man, ich finde auch, ich bin da bei dir, es ist, es hat bisher eigentlich nichts von Game of Thrones, außer, dass es Schwerter und Pferde haben. Richtig, also, nur weil es halt beides Fantasy ist und mittelalterlich ist, kann man es halt nicht vergleichen. Man vergleicht ja auch Game of Thrones nicht mit Herr der Ringe, de facto. Genau. Auf jeden Fall sieht man das ja auch in der Serie. Also, wie gesagt, wenn man jetzt nochmal das mit dem Klamottenstil und sowas alles mit Game of Thrones vergleicht, sieht es halt demnach anders aus. Ich hab von vielen gehört, das sieht billig aus, sieht nach schlechtem Setting aus. Das sind halt persönliche Meinungen, über die man sich streiten kann, finde ich. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich hatte schon zwei, dreimal das Gefühl, das haben die in Game of Thrones auch nicht anders gemacht. Aber da hatte ich diesen Gedanken einfach nicht. Ich hatte schon zwei, dreimal das Gefühl, naja, die sind halt jetzt in irgendeiner Burgruine und da filmen sie das jetzt halt. Das haben die in Game of Thrones natürlich auch gemacht. Aber aus irgendeinem Grund gab es so zwei, drei Gänge und zwei, drei Räume, wo Geralt so dann rumhüpfte und da rumrannte. Die sahen halt einfach, die hätten auch in irgendeiner Burgruine in Koblenz gedreht sein können. Touris gerade mal, komm, bleib mal hier raus, wir drehen da mal eben so. Vielleicht meinen die Leute irgendwie das. Also ich frag mich nicht, warum. Zwei, dreimal hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass das fühlte sich an, als wären die jetzt auf irgendeiner Touristenattraktion, um zu filmen. Ich weiß, was du meinst. Das hatte ich an ein paar Barastellen, hatte ich das auch. Ob woher das kommt, keine Ahnung. Also im Endeffekt fand ich es nicht schlecht. Nein, es war jetzt nicht. Überhaupt nicht. Oder billig oder so. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich kann halt auch bei vielen die Meinung trotzdem irgendwie ein bisschen verstehen. Aber woher das kommt, keine Ahnung. Also es wirkte trotzdem noch relativ normal. Absolut, absolut. Ich glaube, was so ein bisschen das Problem ist, in Anführungszeichen, da müsste man sich jetzt mal mit einem Historiker über Mode unterhalten. Aber die Klamottenstile, die halt da zusammengeworfen werden. Das ist vielleicht was, was einen irgendwie, das war, vielleicht war es in Game of Thrones einfach auch ein bisschen klemmerer gemacht. Ich weiß es nicht. Aber es sind halt einfach so viele Epochen, die da fashionmäßig zusammengeworfen werden, dass du also vom mittelalterlichen Bauern bis zum Renaissance Menschen bis teilweise zur, ich sag mal, so 19. Jahrhundert Mode mit Reifrücken und so irgendwie alles so dabei hast. Also es ist halt einfach, das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen was, dann rennt ja auch Jennifer manchmal sehr fantasievoll rum. Okay, sei es drum, wie gesagt, in den Spiel rennen die, rennt es eigentlich permanent in Unterwäsche rum. Das muss jetzt dann auch nicht sein, ja. Vielleicht sind es so diese optischen Details. Und ja, und die Nilfgaard, Leute, dieses Design ist, also ich finde es jetzt nicht schlimm, aber es hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Also da sehen irgendwelche Lannister-Ritter schon definitiv besser aus. Aber das ist wirklich Nitpicking. Das war, macht für mich jetzt nicht den, deswegen sage ich nicht, oh, deswegen wirkt es billig. Billig wirkte es zu keinem Zeitpunkt. Also für mich nicht. Also das ist so ein kleiner Funfact. Also in den Büchern wird auch in den Nebensätzen, wenn Charaktere halt beschrieben werden, wenn irgendein neuer Charakter auftaucht, wird dann halt immer gesagt, ja, trägt irgendwas Neues vom neuesten Modedesigner oder so. Also vielleicht wollten die es halt auch damit erreichen. Ich weiß nicht, inwieweit, vielleicht spinne ich mir das auch halt gerade zusammen, aber in den Büchern halt wird halt oft gesagt, irgendwie was von Mode, neue Mode, dies, das, dass die Mode sich wechselt. Das ist gerade nicht in Zeit der Mode, weil man hat das ja auch in den Spielen, wenn man zwischen den Orten wechselt, die wirken halt auch ganz anders. Also das sind halt wirklich wie unterschiedliche Kulturen, die ganzen Königreich. Das ist richtig, ja. Und vielleicht wollten die es in der Serie auch so ein bisschen erreichen, dass man immer so ein bisschen den Unterschied hat. Ja, das haben sie auf jeden Fall geschafft. Das ist auch jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit denkst, oh, passt nicht, oh, falsche Epoche, sondern es fällt einem einfach so ein bisschen auf. Aber wir waren eigentlich bei Ciri von Zintra. Ja. Aber es ist nicht schlimm. Wir dürfen immer gerne abschweifen. Das ist ja eine waschechte Prinzessin. Ich habe das irgendwie völlig falsch in Erinnerung. Ich dachte, das ist die Tochter von Geralt, aber ist sie ja gar nicht. Seine Ziehtochter dann später. Richtig, genau. Ciri ist die Tochter von Pavetta und Duni aka Igel, den man ja auch in der Serie gesehen hat. Das war die Hochzeit. Das war Folge 5. Nee, Folge 4 war das. Das ist Hochzeit, Folge 4, Hochzeit von Pavetta, genau. Kalante ist halt die Großmutter von Ciri, die dann sie sozusagen auf, ja, erzieht sozusagen, weil ja ein paar Jahre nach der Geburt von Ciri versterben, also da sterben Pavetta und Duni auf einer Seereise nach Skellige sozusagen. Und von da an ist sie ja sozusagen nur noch unter den Fittichen ihrer Großmutter. Ja, was man über die Kindheit sagen will von Ciri, ist halt, ist eine Rotznase gewesen als Kind. In den Büchern, das fand ich halt ein bisschen schade, dass sie halt da so ein bisschen die Geschichte von Ciri so in der ersten Staffel so ein bisschen, also es kam mir wirklich so vor, als wären sie gesprintet, wenn es um Ciri ging. Okay. Hauptsache wir kommen zu Folge 8, dass Geralt und Ciri sich treffen. Bis dahin ist eigentlich egal, wir sprinten einfach durch. So wurden halt die ganzen Handlungsstränge von Ciri so ein bisschen vergessen. Also sie taucht auch erst im zweiten Freakle-Buch auf, also Schwert der Vorsehung und Geralt und Ciri treffen sich einmal, bevor sie sich endgültig wiederfinden. Ansonsten ist Geralt sechs Jahre nach der Hochzeit, geht er, reist er nach Zintra, um sein Überraschungskind zu besuchen sozusagen. Kalante hat was dagegen, so wie man es auch in der Serie eindeutig merkt, was auch gut umgesetzt wurde. In den Büchern wollte sie ihm erst ein falsches Kind unterjubeln, beziehungsweise hat sie gesagt, du siehst hier drei, vier Kinder spielen, du willst doch nur eigentlich ein Kind mitnehmen und daraus einen Hexer machen. Such dir eins aus, ist doch egal. Da wusste er auch noch nicht, dass Ciri ein Mädchen ist und ging auch die ganze Zeit davon aus, dass es ein Junge ist. Und in der Serie wurde es halt auch ganz gut gemacht, das hat er ja dann von Moisek, hat Geralt ja erfahren, dass Ciri ein Mädchen ist und Pavetta wollte ja dann irgendein falsches Kind, was Ciri ähnlich sieht, Geralt unterjubeln. Das war so ein bisschen die Anspielung auf die Geschichte und als Geralt und Ciri sich das allererste Mal sehen ist im Brokkolinwald und der Brokkolinwald kam ja auch in der Serie vor, demnach. Bloß war Ciri da alleine, beziehungsweise mit ihrem Freund, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, also dieser Elf, der junge Elf, den sie da trifft. Mit denen geht sie ja in den Brokkolinwald. Und im Buch war es halt ein bisschen anders, weil Geralt eigentlich durch einen Auftrag im Brokkolin war und dort per Zufall dort Ciri trifft, weil Ciri sich verlaufen hat. Und da hat er dann schon das erste Mal zu ihr Rotznase gesagt und sie war halt einfach richtig frech. Und das bleibt eigentlich auch weiterhin so, dann bis später hin, bis sie dann, keine Ahnung, jetzt hätte ich fast gespoilert. Ja, das ist eigentlich so ein Spitzname von ihr, Rotznase. Der wird ja auch in Witcher 3, glaube ich, benutzt, als man diesen einen Rückblick hat, wo Geralt C. trainiert in Cair Mohan. Das war ja der Anfang, der Prolog sozusagen auf der Festung. Ich glaube, da nennt er sie auch Rotznase. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Und in der Serie wurde es halt einfach ein bisschen falsch, de facto falsch und auch ein bisschen schlecht umgesetzt, was Ciri's Strang angeht, also Handlungsstrang. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand's wirklich halt, es war halt wirklich das Gefühl, als würden die durchspurten, nur im Sprint dadurch. Sie ist ja auch die ganze Zeit gerannt, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, man wird durchaus mit so vielen Informationen in der Serie zugeknallt, dass es einem schwerfällt, manche Dinge auch zu verdauen. Und da mir dieses Hintergrundwissen, das du jetzt hast, natürlich völlig fehlte, war es für mich jetzt nur bedingt gehetzt. So, diese Sache in dem Wald war auch ein bisschen komisch irgendwie, weil ich mir so dachte, so, ja, sie ist doch jetzt eigentlich irgendwie in Sicherheit und jeder muss da von dem Kram saufen, aber der Doppler jetzt nicht. Okay, aber es wäre doch eigentlich so der offensichtlichste gewesen. Das war halt einfach de facto falsch erzählt. Okay, wie wäre es denn richtig erzählt worden? Naja, also eigentlich macht das keinen Sinn, dass sie den Brokkolienwald erwähnt haben in der Serie, weil der hat eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Das sind Drianen, das sind Elfen, die dort zurück, sich zurückgezogen haben vor den Menschen und kein Mensch darf den Brokkolienwald betreten. Das ist halt einfach ein Abkommen zwischen den Menschen und den Elfen. Also wirklich Menschen im Sinne des, im Menschen im Sinne, also Zwerge schon, Menschen nein. Ja, auch keine Zwerge. Okay, also die Elfen wollen für sich bleiben. Ja, die Elfen wollen für sich bleiben. Die wollen ihren Wald beschützen, weil der Wald heilig ist. Und das hat man ja auch in der Serie gesehen, als Siri dann in den Wald läuft per Trance und ihr Begleiter dann ihr hinterher rennt und davon im Fall getroffen wird. Und dann sieht man ja auf einmal die ganzen Totenschädel und so vom Boden. Das sind halt einfach Menschen, die den Brokkolien zu nahe kamen. Und eigentlich lassen die Drianen auch keinen mehr aus dem Brokkolien raus, der einmal dort drin ist. Und die Drianen bestehen halt einfach nur aus weiblichen Personen, die entweder noch rein elfblütig sind oder halb Elfen sind. Weil oft kommt es vor, dass sie sich halt einfach Männer schnappen, die in den Brokkolien verschleppen oder welche Männer, die sich in den Brokkolien verlaufen, dort aufnehmen. Dann mit den Kinderzeugen und dann schicken die Männer wieder weg, um dort so für Nachfahren zu sorgen. Und deswegen sind dann irgendwo im Laufe der Zeit dann immer weniger vollblütige Elfen dort, sondern nur noch halblütige oder viertelelfige, viertel, ja, zum Viertelelf. Und deswegen war das einfach ein bisschen komisch, dass sie das erwähnt haben im Brokkolien, weil es war der Sinn dahinter, dass sie den Brokkolien hatten. Im Buch war das so, dass halt Siri von dem Brokkolienwasser trinken soll. Ja. Und der bindet dann meistens die jungen Mädchen an den Brokkolien, sozusagen, dass sie zu Drianen ausgebildet werden. Und so, im Buch war das so, dass Siri davon getrunken hat und dann wurde sie gefragt, was sie will, was ihr Schicksal ist. Und dann hat sie halt in Trance gesagt, ihr Schicksal ist Gerard von Riva. Er ist meine Vorherbestimmung. Und somit konnte sie mit Gerard zusammen den Brokkolien wieder verlassen. Was in der Serie halt einfach, ja, das, also es hat einfach keinen Sinn gemacht, dass sie diesen Wald mit reingebracht haben. Das hat einfach auch für Zuschauer, die wirklich keinen Bezug haben, macht das ja auch keinen Sinn, weil du warst ja auch, wie du gesagt hast, ein bisschen verwirrt, weil, ja, da fehlt halt einfach der Bezug. Ja, A, fehlt der Bezug und B, machen die da so strenge Regeln auf und dann kommt dann plötzlich einer, also dieser Doppelgänger vom Moissack, und der wird dann überhaupt keinerlei Prüfung oder kritischen Frage oder sonst irgendwas dazu und so, ja, ich nehme die jetzt mit. Ja, okay, dann nehmen sie halt mit. Ja, okay. Richtig, genau. Und die lassen einfach eigentlich keinen gehen aus den Wald der Drianen. Ja, das haben sie auch vorher mehrfach, glaube ich, gesagt oder zumindest ein, zweimal. Deswegen war es irgendwie sehr, sehr komisch. Und vor allem, wenn, dann hätte man ja auch mit diesem Wahrheitssaft da ja eben halt eben auch die Möglichkeit gehabt. Aber okay, also am Ende des Tages stimmt aber, dass sie sich dann eben mit oder irgendwann auf Geralt trifft. Und ist das denn auch so, dass sie dann bei dieser Schlacht auf Geralt trifft oder am Ende der Schlacht? Ja, genau. Also das war so, dass sie halt nach der Schlacht von Sintra ist Ciri auf der Flucht und wird dann irgendwann von Drianen aufgenommen, also von Magiern aufgenommen. Und die geben dann Ciri weiter an diese junge Dame, an die junge Mutter, die sich immer eine Tochter gewünscht hat, wie es auch in der Serie war. Ja, bloß hat sie dort Ciri ja auf dem Jahrmarkt gefunden und sie dann mitgenommen. Und Geralt, das mit, wie sie sich treffen, das stimmt halt einfach. Eigentlich stimmt es so, wie es umgesetzt wurde. Ich fand nur den letzten Beisatz lustig in der Serie, wie Ciri dann gefragt hat, ja, wer ist Yennefer? Aber es hat ein bisschen geschmunzelt, weil sie ja die Träume davor hatte mit der Anhöhe von Sonnen, wie Geralt dort steht und nach Yennefer ruft sozusagen. Ja. Und deswegen ist sie ja natürlich dann aufgewacht und in den Wald gerannt und wollte zur Anhöhe von Sonnen, weil sie dachte, Geralt wäre da. Aber Geralt kam ja gerade mit dem Kaufmann zu seiner Hütte. Ja. Und also das Kapitel in den Büchern fing so an, dass Geralt halt einfach einen Kaufmann namens Jorga trifft, der feststeckt mit seinem Wagen und dann sagt so, hey, es wird bald dunkel, hier ist eine gefährliche Gegend, hier sind gefährliche Monster, ich helfe dir. Da sagt der Kaufmann, ja, ich hab nix mehr, was willst du als Bezahlung? Und da sagt dann Geralt, ja, das Recht der Überraschung, will ich der Kaufmann ein und dann passiert es auch so, wie es halt in der Serie passiert ist, dass Geralt gebissen wurde und dann rettet der Kaufmann Geralt das Leben und Geralt hat die ganze Zeit, ist in Trance und hat da irgendwelche Visionen, beziehungsweise Träume die ganze Zeit. In der Serie hat er halt nur Träume von seiner Mutter hauptsächlich und im Buch hat er mehr Träume davon, wie ihm Leute sagen, er soll seiner Vorherbestimmung folgen, seinem Schicksal und das Schicksal, sein Schicksal ist nun mal Ciri. Was in der Serie, warum, bei einer Serie hat er eindeutig die ganze Zeit die Meinung, Schicksal gibt es nicht, Vorherbestimmung ist Bullshit und er folge dem nicht. Er hält nix davon und auf einmal in der letzten Folge kommt ja der Sinneswandel dann und er will ja unbedingt Ciri finden und sie beschützen und retten. Und eigentlich passiert das im Buch laut seinen Träumen, die er hat, weil ihm dann auf einmal klar wird, Ciri ist sein Schicksal und er muss sie finden. Verstehe. Ja, das ist vielleicht ein Kritikpunkt der Serie, dass doch viele Charakter von einer Folge auf den anderen, im wahrsten Sinne des Wortes, ihren Charakter ändern. Also die sind mal so, mal so, was wahrscheinlich in den Büchern sicherlich irgendwie einen Hintergrund hat, weil sie irgendwas erlebt haben. Aber dadurch, dass wir halt diese auch irren Zeitsprünge haben, die meiner Meinung nach dramaturgisch völliger Irrsinn sind, keinerlei Effekt bringen und einfach nur Leute verwirren, ist es halt auch wirklich teilweise wirklich schwer zu folgen. Aber bleiben, bevor wir da auf die Serie nochmal eingehen. Wir haben ja noch den Hauptprotagonisten noch gar nicht angesprochen, nämlich Geralt von Riva, den Hexer und ja auch seine Hexergilde. Sag doch mal ganz kurz, was sind denn Hexer? Du hast vorhin gesagt, man kann Hexer machen. Genau, also Hexer sind mutierte Menschen, die in einer Kräuterprobe unterzogen werden und diese überstehen schon nicht alle und danach werden sie im harten Training ausgebildet. Diese Kräuterprobe und sie werden Kräuterprobe unterzogen und gleichzeitig Magie erzeugt, dass sie natürlich übermenschliche Sinne haben, bessere, schnellere Fähigkeiten, super stark sind, also nicht super stark, sondern etwas stärker sind als normale Menschen halt. Sie sind halt dazu gemacht, um ungeheuer zu töten, weil ein normaler Mensch nicht in der Lage wäre, ein Monster zu töten, weil Monster halt demnach halt sind Monster, deswegen fürchten sich ja die Menschen vor dem Monster. Sonst wären sie ja demnach kein Problem. Sie wurden halt von Menschen und Zauberern erschaffen aufgrund der Monsterprobleme. So, das muss man sagen, diese Mutation oder diese Ausbildung überleben so drei von zehn Jungen überleben diese und das sind halt auch eigentlich nur männliche, weil Frauen diese Kräuterproben nicht überleben würden, komplett nicht. Würde gar nicht gehen. Also das wird, in der Welt der Hexer sind die Frauen halt eindeutig schwächer und die würden das überhaupt gar nicht überstehen. Deswegen gibt es nur männliche Hexer und ja, das ist halt eigentlich sozusagen dazu zu sagen, dass das alles, was Hexer angeht, sind geboren, um Monster zu töten sozusagen. Gut, Gerald ist einer davon. Was trinkt er denn immer, bevor er in den Kampf geht? Genau, das sind seine Hexertränke. Das sind halt unterschiedliche Mitte, je nachdem, wie man will. Das wird ja auch in den Spielen behandelt, das Thema Hexertränke, wo man seine eigene Trinke brauen kann. In den Büchern wird nicht direkt erwähnt, was sie machen. Okay. Sie verstärken, also manchmal wird erwähnt, sie verstärken dann in dem Sinne seine Sinne oder dass er noch besser sehen kann, noch besser hören kann. Mhm, okay. Weil Hexer, durch die Mutationen werden natürlich auch die Augen verändert und sie haben eigentlich nie Probleme bei Nacht zu sehen, ganz eindeutig. Deswegen hat er ja auch so eine gelbe, also so eine gelbe Augen. Das sollen so ein bisschen katzenähnig dargestellt sein, die Augen. Verstehen. Deswegen. Und Geralt kommt aus Riva, was dann auch eine Stadt ist wahrscheinlich. Nein, das ist de facto nicht richtig. Geralt ist ein Findelkind. Er war auch ein Kind der Überraschung und seine Mutter treffen wir ja auch in der Serie, die war Zauberin. Und er wird dann von Vesimir nach Kermont hergebracht und dort wird den Kindern gesagt, oder wird dem meistens dann entweder ein Name gegeben, ein Vorname. Geralt heißt Geralt und Vesimir hat gesagt, nehmt euch noch einen Beinamen, das wirkt dann vertraulicher. Und sympathischer gegenüber anderen Menschen, als wenn ihr nur Geralt heißt. Verstehen hat er sich dann ausgedacht, er nimmt Geralt von Riva. Im Buch hat er das auch mal kurz erwähnt, dass er eigentlich einen viel längeren Namen nehmen wollte, der ein bisschen lustig klang, war so ein bisschen französisch. Ähm, also übelst kompliziert. Aber er hat sich dann doch für Geralt von Riva entschieden. Und ein Funfact, also ich weiß nicht, inwieweit ich das jetzt spoilern darf. Ach, mach ruhig. Er wird später in den Büchern, wird er von der Königin von Rivian, wird er zum Ritter geschlagen und bekommt den Beititel offiziell Geralt von Riva. Okay. Was ziemlich lustig ist, also ziemlicher Funfact. Du hast ja gesagt, du hast ja erst mit den Games angefangen, das heißt, du hast ja ein Bild von Geralt im Kopf. Jetzt hast du das Bild von Henry Carroll zusätzlich und du hast die Bücher gelesen. Passt das denn so weit vom Optischen her? Sieht der so aus, wie er aussieht? Ja, es passt so weit in den Büchern, wird er nicht als so stämmig beschrieben, so wie er in der Serie ist. Das haben die, glaube ich, halt eindeutig ein bisschen gemacht, um ein bisschen den Games näher zu kommen, damit er so als Kraftpaket wirkt. Aber Henry hat das, Henry Cavill hat das halt extrem gut, Geralt umgesetzt, mit seiner mürrigen, launigen Art. Und gleichzeitig auch sein böses Lächeln, was in den Büchern immer beschrieben wird. Und halt, dass er halt auch, wenn er will, nicht so freundlich wirkt. Sehr bedrohlich. Das hat er ganz gut umgesetzt und auch die Erscheinung und das Auftreten von Geralt von Riva in der Serie ist sehr gut umgesetzt, bin ich der Meinung. Mit der beste Charakter, der umgesetzt wurde. Ich bin eigentlich mit allen Charakteren zufrieden, die umgesetzt wurden, bin ich ehrlich. Bei Ciri bin ich noch ein bisschen im Schwanken, weil die ein bisschen schwach umgesetzt wurde. Aber das liegt halt auch daran, dass sie halt nicht so wirklich, also nicht wirklich im Vordergrund steht. Sie hatte keine Chance dazu. Die Umsetzung ist eindeutig erfolgreich umgesetzt worden. Man kann sich nicht beklagen, bin ich der Meinung. Ich bin auch froh, dass sie die grässliche Narbe an seinem Hals eingeführt haben, die er in der Schlacht in Vizima bekommen hat mit der Striege. Weil die fehlt in den Spielen zum Beispiel. Okay. Weil die Entwickler damals gesagt haben, sie wollten diese Narbe nicht hinzufügen an seinem Hals, weil sie dann davon ausgehen, dass Geralt zu hässlich wirkt. Und demnach bin ich halt einfach froh, dass sie diese Narbe doch hinzugefügt haben in der Serie, weil sie halt wirklich auch Bestandteil der Bücher ist. Verstehe. Faktor. Ja, kommen wir mal zur Serie, denn du haben ja auch gesagt, wir wollen jetzt nicht zu viel über die Bücher spoilern. Das können wir dann vielleicht in den nächsten Staffeln dann nach und nach ein bisschen mehr enthüllen. Kommen wir zur Serie. Acht Folgen mit durchaus unterschiedlichen Längen von 45 bis 67 Minuten war alles dabei. Es fühlte sich manchmal wirklich so ein bisschen an wie Monster of the Week, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Aber was halt wirklich, und das ist ja mehrfach schon angeklungen, wir haben es auch schon kurz erwähnt, sind halt diese nicht nachvollziehbaren und auch erst durch einen Satz eines Charakters nach fünf Minuten überhaupt merkbaren Zeitsprünge. Haben die irgendwie eine Grundlage auch in den Büchern? Ist das irgendwie so eine Erzählart oder ist das eine Freiheit, die sich die Serie nimmt und dann erschließt sich mir allerdings nicht warum? Also zum Teil ja und zum Teil nein. Also in den Prequel-Büchern wird halt Gerait hauptsächlich, ist der der Mittelpunkt, in jedem Kapitel taucht er auf, weil es um Gerait geht. Er wird dort eingeführt, seine Vorgeschichten werden genannt und dort wird halt auch ein bisschen gesprungen immer mit der Zeit. Gerade im ersten Buch ist er an einem Ort und dann erinnert er sich an eine Geschichte zurück sozusagen. Und ich glaube, daher hatten sie dann die Idee, dass sie das auch so eventuell in einer Serie machen würden, würde ich jetzt schätzen. Nur in den Büchern macht das mehr Sinn. Und ist das nicht so verwirrend? Also es machen ja andere Serien auch, also Breaking Bad oder Battlestar Galactica oder es gibt also wirklich ganz viele Serien, die damit arbeiten. Aber es ist halt, ich habe zum Beispiel, wenn ich verschiedene Zeitebenen habe, habe ich irgendwie auch, weißt du, wenn Gerait mal einen Bart tragen würde, mal ja, mal nein, dann weiß ich, ah, Bart Gerait, ah, diese Zeitlein. Okay, verstanden. Ja, das gibt es aber nicht. Es gibt keine Texteinblendungen. Das Einzige, was sich ändert, ist, glaube ich, seine Rüstung. Aber ganz ehrlich, die ist halt auch immer schwarz, mal mit, mal ohne Nieten. Ja, das ist halt jetzt auch irgendwie kein großartiger Hint da drauf und ist verwirrt. Und es hat leider auch dazu geführt, dass unser Forever Nerd Girl dann auch irgendwann einfach keinen Bock mehr hat zu gucken. Und sagte, ja, das gucke ich mir dann irgendwann nochmal an. Aber es war wirklich ein Grund, warum sie gesagt hat, ja, ich bin dann jetzt auch mal raus und die letzten zwei, drei Folgen dann irgendwann mal. Ja, also es kann schon so ein bisschen so ein Cookkiller sein, weil es halt auch einfach, es dient halt keinem höheren Zweck. Es gibt keinen Big Reveal am Ende der Staffel, wo du sagst, ah, jetzt macht alles Sinn, sondern so, nee, okay. Das ist so ein bisschen in den, aber das heißt, wenn er aber in den Büchern, dann ist schon eindeutig, er erzählt was. Und dann habe ich euch schon die Geschichte vom Drachen erzählt und dann zack, kommt dann die Geschichte vom Drachen. Nicht so ähnlich, sondern also im Buch ist jetzt das erste Kapitel der Kampf mit der Striege. Ja. Und da verletzt er sich ja halt, wie ich schon erwähnt, am Hals. Und das ist halt eine tödliche Verletzung und deswegen geht er zum Schreien von Melitilde und geht dort zu hören Priesterin Nenneke und lässt sich dort heilen von den Priesterinnen. Und dort ist er dann immer wieder in meiner Gegenwart und redet mit denen und dann kommt halt irgendwas davor, dass sozusagen das Kapitel springt. Und man jetzt weiß, okay, das ist jetzt eine Erinnerung von Geralt oder vielleicht ist es auch die Zukunft oder die Vergangenheit. Das wird halt nicht direkt erwähnt, so. Aber es funktioniert in diesen Kurzgeschichtenbändern einfach, weil man weiß, es gibt ein Hauptfahnen. Ja. Und nebenbei sind halt einfach so Zwischenkapitel zu Geralt dabei. Ja. So, das hat in der Serie nicht demnach funktioniert. Ich meine, hätte man, hätte man in den, hätte man nicht, ich bin der Meinung, hätte man nicht direkt in der ersten Folge den Krieg mit Nilfgaard eingeblendet. Mhm. Hätte es vielleicht noch funktioniert. Hätte man direkt mit der ersten Folge, vielleicht sogar nur die ganze, die ganzen 60 Minuten lang oder wie lange die Folge ist, auch nur mit Geralt verbracht, wäre es vielleicht auch noch okay gewesen. Oder vielleicht dann direkt mit Jennifer und Geralt beginnt. Weil diese Charakterstränge, also von der Zeit her sind sogar noch ähnlicher beieinander als die mit Ciri. Mhm. Und deswegen ist es ziemlich verwirrend. Bisschen untertrieben, also man merkt es halt auch irgendwann und dann denkst du, hä, wann bin ich jetzt wieder und dann hat man so ein permanent ungutes Gefühl beim Gucken, aber halt leider kein gutes Spannungsgefühl. Also das, ja, das muss man wirklich sagen, wenn sie da nochmal, es gibt ja heutzutage werden ja auch schon Filme gepatcht und geupdatet. Also es läuft ja jetzt im Kino schon nicht mehr die Version von Cats, die von einer Woche lief. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Die haben wirklich irgendwie zwei Katzen noch Klamotten angezogen oder irgendwas noch geändert und haben dann eine neue Version drauf. Vielleicht bringt ja Netflix auch mal irgendwann eine neue Version vom Witcher und macht dann einfach ein paar Texttafeln rein, ein paar Texteinblendungen. Oder wenn sie ganz viel Geld haben, dann machen sie Henry Cavill den digitalen Bart dann dran, ja, nicht ab, ja, und kriegt dann digitalen Bart mal dran. Ist keine schlechte Idee mit dem Bart, aber de facto ist einfach, äh, mag Gerard kein Bart. Das war in den Spielen, war das eine Option, sich ein Bart wachsen zu lassen, aber er hasst eigentlich Bärte. Er hasst das, wie die Pest. Er nörgelt auch, wenn er mal länger als, also wenn er so ein Drei-Tage-Bart hat oder ein bisschen länger ist als ein Drei-Tage-Bart, dann nörgelt er rund um die Uhr, dass er sich rasieren muss, weil ihn das sowas von sehr stört. Ach, guck an, und fast jeder im Spiel hat sich den Bart reingeklebt. Ja, ja, es hat er auch, es war ja auch nicht schlimm, also ich meine, im Spiel wirkt es halt, es ist ja, da ist er ja auch schon älter dann, ne, und man merkt es ja in den Spielen, ist er vom Charakter her auch schon weiser als in den Büchern. Nicht so launig in den Spielen vor allen Dingen und so mürrig wie in den Büchern. Also könnte man es mit dem Alter schieben und dass er dann halt sich doch ein Bart wachsen lassen hat, um die so die Weisheit so ein bisschen zum Anschein zu bringen zu lassen, ne. Könnte man damit verbinden, sag ich mal. Aber es ist, ja, aber im Endeffekt war es nur eine Option. Jetzt sind wir schon wieder beim Spiel angekommen, das ist auch ein gutes Stichwort, denn ich hab jetzt gelesen, es wird, ähm, A ist es auf Steam wieder ganz vorne in den Charts. Ja, ja. Und du wirst es auch nochmal anfangen und willst es streamen, hast du gesagt. Ja, richtig, ich würde es, also ich werde es streamen, ja, ähm, nachdem der Podcast hier veröffentlicht ist und jeder schon mal reingehört hat, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Ähm, würde ich ihn ganz gerne wieder auf meiner Stream-Plattform, würde ich den New Game Plus, äh, nochmal durchspielen mit allen DLCs, also über 100 Stunden, äh, weil das Spiel doch extrem geil ist. Kommentierst du dann auch, ähm, so die Hints zu den Büchern? Ja, ja, natürlich, na klar, also das ist, das ist ja sowieso das Lustigste überhaupt, weil in den Spielen tauchen so viele Easter Eggs dazu auf, was in den Büchern war und was so beiläufig erwähnt wird. Ja, also, ja, natürlich, klar, also ich bin auch bereit, dort noch mehr Fragen zu beantworten, falls natürlich. Also, das ist doch super, das heißt, wenn ihr also, ähm, komplett in die Witcher-Welt dann mal eintauchen wollt und das bisher nicht gemacht habt, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir erschließen sich ja Let's Plays nicht, weil ich, zocke jetzt halt auch schon seit 30 Jahren oder länger und denke mir immer, warum soll ich den anderen dabei zugucken, wenn ich das selber machen kann. Aber ich glaube, in dem Fall bietest du wirklich einen Mehrwert, vor allem für jemanden wie mich, der halt grundsätzlich Tagebucheinträge und Texteinblendungen, die nicht vorgelesen werden in Rollenspielen, einfach alle wegklickt. Ja. Konsequent wegklickt. Einfach weg. Einfach weg, sagt er was, nee, brauche ich statt, ach, wenn es nicht, das verwirrt mich natürlich auch manchmal, gerade bei sowas wie Dragon Age oder, oder ist es The Witcher oder ich glaube Dragon Age ist es, da kannst du ja so unendlich viel Kram sammeln. Und ich weiß halt. Und Skyrim zum Beispiel. Ja, und Skyrim auch. Und ich weiß halt immer nie, welchen von diesem Scheiß ich dann jetzt am Endeffekt eigentlich brauche oder nicht. Was mir aber auffällt ist, ich schaffe es halt immer ohne Craften, ja, also zumindest, sag ich mal, rudimentäres Craften. Aber so dieses komplette, oh, ich züchte mir jetzt eine Pflanze und dann mache ich noch die Nebenquest, um mir diesen Honig zu besorgen und dann mixe ich das zusammen, wenn ich dann aber, dafür muss ich aber nachts an der Stelle sein und dann kriege ich vielleicht das Mega-Item, das mache ich nicht. Aber wenn du das machst, dann bleibt dir das unbenommen und dann können die Leute bei dir auf Twitch, sag nochmal den Ten, auf Twitch ist es, ne? Genau, auf Twitch würde ich streamen und mein Name ist Dr. Feelgood, Dr. ausgeschrieben und mit K geschrieben, weil mit C schon vergeben war. Und da ich sowieso Deutscher bin, also ist es auch nicht verkehrt, mit K zu schreiben. Prima, also dann schaut doch mal vorbei im Twitch-Kanal von Dr. Feelgood, vom lieben Niklas, vielen Dank dafür. Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde gesprochen, du könntest wahrscheinlich noch stundenlang reden, aber du brauchst noch ein bisschen mehr Futter, wenn die zweite Staffel dann kommt. Also ich bleibe auf jeden Fall dabei. Ich denke auch, dass das hier sehr hilfreich war, für den einen oder anderen dann doch nochmal mitzukommen. Ich kann euch an der Stelle wirklich nur empfehlen, schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht geguckt habt. Wir haben gar nicht so viel gespoilert, also von daher, eigentlich nicht mehr. Von daher, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare und der Niklas wird sie ganz sicher beantworten. Für viele, die die erste Staffel ziemlich anstrengend fanden, was ich natürlich nachvollziehen kann mit den ganzen Zeitsprüngen. Die zweite Staffel sollte demnach eigentlich nicht mehr so sein, weil ab da an eigentlich nur noch das Fortlaufende ist. Also wenn es dann wirklich nach der eigentlichen Buchreihe geht, man hat natürlich schon gemerkt, als jemand, der die Bücher auch kennt, dass in der ersten Staffel vieles geändert wurde zu den Büchern. Aber ab der zweiten Staffel sollten eigentlich nicht mehr so eine extremen Zeitsprünge von Jahrzehnten vorkommen. Okay, dann... Das wollte ich nochmal kurz sagen, um vielleicht ein bisschen Hoffnung zu bringen. Dann sind wir an der Stelle also frohen Mutes. Ich glaube, im Herbst nächsten Jahres geht es auch schon weiter. Ich glaube, die drehen schon, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt im Frühjahr habe ich gehört, ja, ab Februar wollen die beginnen. Genau. Bis Mitte Sommer wollen die beenden. Hieß Anfang ja Ende 21 soll die zweite Staffel kommen, aber ich hoffe auch, dass die jetzt dann gegen Ende 20 doch kommen. Und so wie, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass sich CD Projekt mit dem Autor auch geeinigt hat, dass es also auch einen vierten Teil geben wird. Richtig. Was ist, naja, also der dritte Teil war ein guter Abschluss. Aber klar, ich freue mich auch auf den vierten Teil natürlich. Ja, also das bleibt auf jeden Fall alles sehr interessant. Ja, ich hatte es eingangs gesagt, wir haben noch ein Gewinnspiel. Wenn ihr diese Folge hört, und zwar vor dem 30.01.2020, dann haut doch mal in die Tasten an info at nerdizismus.de oder schickt uns eine WhatsApp an, die besagte Telefonnummer, die ich gleich auch nochmal wiederholen werde. Und zwar möchten wir von euch nämlich wissen, was wir in 2020 mal becasten sollten. Welche Spiele, welche Filme, welche Serien oder welches Thema oder auch welche Interviewgäste wollen, sollen wir mal einladen? Was habt ihr da also für Ideen, was wir mal besprechen sollten? Schreibt uns eine E-Mail an info at nerdizismus.de. Schreibt rein, worauf ihr Bock hättet, was wir in 2020 mal bekasten wollen. Und ihr könnt natürlich dafür auch was gewinnen. Elbenwald war so freundlich, hat uns drei Preise zur Verfügung gestellt. Welche das sind, könnt ihr auf nerdizismus.de unter dem, über der Folge von Rise of Skywalker sehen. Ich sage es aber auch nochmal, das ist eine Star Wars Fußmatte, ein Star Wars T-Shirt und ein Star Wars Poster. Hat jetzt zwar alles nichts mit The Witcher zu tun, aber es muss raus. Von daher haut also fleißig in die Tasten. Wir sehen uns ja dann auch hoffentlich live am 8.2. Da haben wir unsere Nerdizismus Live Show. Entweder in Düsseldorf oder in Leverkusen. Die Location ist noch nicht hundertprozentig raus. Das werden wir aber auf nerdizismus.de und über unsere Social Media Kanäle euch noch rechtzeitig Bescheid geben. Ja, und in diesem Sinne, Niklas, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du mit deinem Wissen hier mir und sicherlich auch den Hörern da draußen viel mehr Einblick in die Welt von The Witcher und Co. gegeben hast. Ich weiß, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr, aber das wirst du ja dann in deinem Streaming Let's Play von The Witcher 3 nochmal loswerden. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, hat Spaß gemacht. Sehr gefreut. Ja, mich auch. Machen die Ort, bis die Tage und euch da draußen noch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, was auch immer ihr gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020